Moin und ein herzliches Willkommen zum 18. Teil unserer Pilgerreise durch das Lukas-Evangelium. Heute ein sehr durchdachtes Meisterwerk, wie ich finde. Es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie Lukas die unterschiedlichen Textabschnitte miteinander in Verbindung setzt und letztlich ein viel größeres Ganzes dabei entsteht. Und ich hoffe, dass ich jetzt mit meinen Ausführungen euch ein bisschen davon erhellen kann und letztlich auch widerspiegeln kann. Bevor wir jetzt dahin kommen, lohnt es sich kurz, einen Blick zurückzuwerfen in das Kapitel 18, wo Jesus über die Wirklichkeit des Reiches Gottes gesprochen hat. Und dieser Rückblick ist insofern wichtig, weil diese ganze Thematik um das Reich Gottes sozusagen die Klammer bildet, die das gesamte 18. Kapitel dann zusammenhält. Wir erinnern uns, dass Jesus einerseits den Pharisäern erklärt hat, dass das Reich Gottes etwas Innerliches ist, etwas Geistiges, also eine Herzenswirklichkeit und andererseits seinen Jüngern erklärt hat, dass das Reich Gottes aber auch etwas ist, was im Äußeren sich vollzieht und was in seiner vollen Pracht erst dann zu Tage treten wird, wenn er wieder zurück auf die Erde kommt. Und genau dieses gigantische Ereignis, darum geht es dann auch in den Versen 1 bis 8, sollen die Jünger unerbittlich herbeiflehen. Sie sollen in ihrer Gebetshaltung nicht müde werden. Und ich denke, auch wir sollten dem Herrn keine Ruhe gönnen, heißt es auch übrigens in Jesaja 62. Hiermit haben wir dann auch quasi eine perfekte Überleitung zum nächsten Abschnitt hingelegt, zu den Versen 9 bis 14. Denn auch hier geht es letztlich um die Frage nach der rechten und gottwohlgefälligen Gebetshaltung, beziehungsweise in einem größeren Kontext der Lebenshaltung. Und die Anordnung auch dieser Textstücke, die Lukas hier vorgenommen hat, ist, wie schon gesagt, nicht willkürlich. Und auch der Einschub, wo es dann um die Kinder geht gleich, ist auch bewusst vorgenommen. Aber dazu gleich mehr. Zunächst erzählt Jesus das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Also zwei Männer, deren Lebenswirklichkeit und gesellschaftlicher Status nicht unterschiedlicher ausfallen könnten. Auf der einen Seite der Zöllner oder die Zöllner, die ja sehr geachtet waren in der damaligen Gesellschaft, und auf der anderen Seite der Pharisäer, also jemand, der durchaus Anerkennung besaß. Dementsprechend breitbrüstig stellt sich der Pharisäer auch hin und fängt an, Gott zu danken. Aber eigentlich dankt er Gott nicht wirklich. Vielmehr rühmt er sich selber. Seine Frömmigkeit, seine Tugendhaftigkeit, seine Werke, seine Leistung. Es geht um das, was er hervorgebracht hat. Man könnte sagen, selbstverliebt klopft er sich auf den Schultern. Und indem er sich vor allem bewusst und verachtungsvoll von den Sündern abgrenzt, macht er sich nochmal über jeden Zweifel erhaben. Ja, ganz anders hingegen der Zöllner, der sich ja nicht mal traut, hervorzutreten im Geschehen. Geschweige denn, die Augen zum Himmel aufzuheben. Er weiß, er kann sich vor Gott nicht rühmen. Er hat nichts vorzubringen. Das Einzige, was er sagen kann, und das tut er auch, ist, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das ist übrigens sehr interessant, denn der Zöllner bittet hier nicht um Vergebung einer konkreten Sünde, sondern er bittet um Vergebung für sein sündhaftiges Dasein. Er benennt keine Sünde im Sinne einer Tat, sondern er bekennt sich als den Sünder. In anderen Worten, er verleugnet sich selber. Etwas, was den Pharisäer in seinem, ja man kann sagen, Hochmut nicht im Entferntesten eingefallen wäre. Und generell macht dann Vers 14 nochmal klar, religiöse Selbstgefälligkeit steht bei Gott nicht hoch im Kurs und hat eine dementsprechende Erniedrigung vor Gott am Ende des Tages zur Folge. Wie es auch in Jakobus 4, Vers 6 heißt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und ich will das an dieser Stelle einmal deutlich sagen, religiöse Selbstüberheblichkeit und Selbstgerechtigkeit ist sowohl für den einzelnen Christen als auch für die gesamte Kirche als Ganzes ein absolutes Armutszeugnis. Und ja, das sollte einfach in unseren Reihen bei uns kein Platz finden. Was die Kirche braucht, auch die Kirche 62 braucht, ist eine Haltung der Demut, eine Haltung der Einfalt und keine Spiegelbildküsser-Mentalität wie die des Pharisäers. Nicht Leute, die sich selbst verliebt auf die Schulter knopfen. Nun mag man sich im nächsten Abschnitt fragen 15 bis 17, warum jetzt diese Verse über die Kinder? Doch man sieht, zum vorherigen Gleichnis besteht eine gewisse Verbindung. Denn der tiefe Selbstverzicht, den der Zöllner übt, ist sozusagen die Entsprechung zu der Kindeseinfalt, die Jesus in diesem Abschnitt nochmal besonders hervorhebt. Schon in Lukas 9, 46 hat Jesus seine Jünger eine wirklich wertvolle Lektion mitgegeben, indem er ihn nochmal verklickert hat, dass sie sich an der kindlichen Anspruchlosigkeit eine gehörige Scheibe abschneiden sollten. Und auch im vorliegenden Abschnitt stellt Jesus heraus, wer nicht ein kindliches, sprich ein empfängliches und unarrogantes Gemüt hat, dem wird das Reich Gottes am Ende des Tages verschlossen bleiben. Der wird verschlossene Türen vorfinden. Sowohl die Kinder als auch der Zöllner, Beides Gruppen, die in der damaligen Gesellschaft quasi nichts galten, bilden den starken Kontrast zu dem Pharisäer oder den Pharisäern im Plural, die meinten, sie wären die Checker im Königreich Gottes. Und dass Lukas gerade anhand dieser beiden Gruppen nochmal herausstellt, wie eine wahre Beziehung zu Gott aussieht, wie die Haltung ist, verdeutlicht nochmal, dass Gottes Herzschlag für all jene Personen schlägt, die am unteren Ende der sozialen Rangliste stehen. Dann folgt in Versen 18 bis 30 die Story mit dem reichen Mann, der letztlich nicht bereit ist, diesen einen Schritt noch zu tun, um das ewige Leben zu ergreifen. Also es geht auch hier wieder um das Reich Gottes. Und da ich bereits in meinem Video zu Lukas Kapitel 12 schon auf diese Thematik von Armut und Reichtum eingegangen bin, möchte ich das hier außen vor lassen. Es ist mir wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Jesus mit dem Vers 19 nicht sagt, dass er nicht Gott sei. Diese Stelle wird gerade von Muslimen immer wieder hervorgeholt als vermeintlichen Beweis dafür, um Jesus auf eine Stufe mit einem normalen Propheten zu stellen und ihm seine Göttlichkeit abzusprechen. Ich glaube, Jesus weist die Worte dieses Mannes deshalb zurück, weil sie auf ihn als menschlichen Rabbi, als menschlichen Lehrer abzielen. Anders als der Blinde am Ende des Kapitels, den Jesus übrigens nicht korrigiert, sieht der Mann hier Jesus lediglich als eine Lehrperson und nicht als den verheißenen Messias, als den Sohn Gottes. Und weil dieser Mann Jesus als einen Lehrer sieht und sich von ihm als einem Lehrerrat erbittet, will Jesus diese Etikette gut nicht für sich beanspruchen, nicht für sich gelten lassen, obwohl er könnte. Das gilt es hier hinzu zu sagen, denn beispielsweise Johannes 8, Vers 29, daraus können wir schließen, dass Jesus ohne Sünde war. In anderen Worten, er der einzig wahrhaft Gute war. Was auch später in den neuntestamentlichen Briefen nochmal bestätigt wird. Übrigens, was ich an dieser Bibelstelle auch noch interessant finde, ist, dass Jesus die Frage nach dem Erreichen des ewigen Lebens, des Königreiches, nicht damit beantwortet, dass er dem Mann sagt, ja, sprich mir mal ein Gebet nach oder so ähnlich, wie wir das heute gerne praktizieren. Nein, er sagt ihm, dass ihm eine Sache fehlt, die er zu seiner sonstigen Einhaltung der Gebote, was ja interessant ist, noch hinzutun müsse, nämlich die Selbstaufgabe, der Selbstverzicht, Vers 29 bis 30 sich zeigen lässt. Also genau das, was der Zöllner am Anfang des Kapitels, haben wir gesehen, getan hat. Am Ende des Tages und vor allem am Ende der Zeiten geht es nicht darum, ein paar Phrasen nachgesprochen zu haben, sondern es geht darum, mit dem Zöllner zu sagen, Jesus sei mir Sünder gnädig. Es geht darum, sein Leben konsequent unter den Zu, aber auch den Anspruch eines Herren zu stellen, wie Tim in Lukas 16 auch schon angemerkt hat zum Thema Mammon. In den Versen 31 bis 34 nimmt dann Jesus quasi seine 12 nochmal so ein bisschen zur Seite, zu einer kleinen Privataudienz. Und nochmal erklärt er ihnen und legt ihnen das dar, wie die letzte Wegstrecke des Sohnes aussehen wird. Und interessant ist in Vers 34, dass es heißt, dass ihnen der Sinn dieser Worte verborgen und verschlossen blieb. Die Jünger konnten das einfach nicht verstehen. Warum muss der Geseibte dieser Sohn Gottes sterben? Das passte einfach nicht in ihr Weltbild von einem Mann, der sie von der Unterdrückung der Römer im politischen Sinne befreien sollte. Erst später in Apostelgeschichte dann, wenn sie als der Heilige Geist dann auf sie gekommen ist, können sie diese Notwendigkeit des Christus geschehen verstehen und Jesus dann voller Glauben als den verkündigen, der gelitten hat und der gekreuzigt wurde. Und für mich persönlich und vielleicht auch für dich steckt in diesem letzten Vers 34 so die Lektion drin, dass es Dinge gibt, die aus einem jetzigen Standpunkt heraus total sinnlos erscheinen, aber von einem späteren Standpunkt aus betrachtet auf einmal vollkommen Sinn ergeben. Und dass es auch im Wort Gottes, zumindest geht es mir so, wenn ich ehrlich bin, immer wieder Dinge gibt, die ich nicht verstehe, die mich verwirren, die mich entsetzen, die mir auch durchaus rätselhaft erscheinen und auch oft bleiben. Aber ich meine, mittlerweile gelernt zu haben, das am Ende dem Heiligen Geist zu überlassen, wann er mir welchen Sinn der Schrift erschließt und auf welchem Weg. Und ich glaube, Offenbarung, Gottes Offenbarung kommt immer dann, wenn wir sie benötigen, wenn es Zeit ist. Und alles andere darf auch ruhig mal warten. Das Wort Gottes muss nicht zu 100 Prozent verstanden werden, damit es in die Tat umgesetzt werden kann. Und darum geht es letztlich, dass wir Täter des Wortes werden und nicht lediglich Hörer. Die Verse 35 bis 43 runden unser Kapitel und dieses Video dann auch gleich ab. Und hier möchte ich unsere Aufmerksamkeit lediglich noch auf einen Punkt lenken, und zwar auf diesen doppelten Bittruf, den der Blinde aus sich herausbringt. Jesus, Sohn David, erbarme dich meiner. Und auch hier am Ende des Kapitels haben wir sozusagen wieder eine sachliche Nähe zu dem Gebet des Zöllners. Denn auch er appellierte letztlich an das Erbarmen und an die Güte Gottes. Grundsätzlich ist das, was der Blinde hier macht, absolut sozialverträglich und nicht irgendwas Komisches. Denn für die damalige Zeit war es typisch, dass man genau in diesem Stil Herrschaftspersönlichkeiten, aber auch Autoritäten angerufen hat. Und indem der Blinde das jetzt aber an Jesus richtet, erkennt er seine Salbung und seine Vollmacht an. Er erkennt ihn als denjenigen an, als den verheißenen Messias und als denjenigen, den der Thron Davids gebührt. Und dieser Messias Glaube ist es dann auch, von dem Jesus dann in Vers 42 sagt, dieser Glaube hat dich gerettet. Oder in anderen Worten, dieser Glaube hat dich geheilt. Und am Ende bleibt vielleicht die Erkenntnis stehen, es ist nicht, es ist nicht irgendein Glaube, der das ewige Leben bringt. Es ist, es ist der Glaube an den, an den, an den Sohn Jesus Christus als den verheißenen König und als den Retter und auch Richter dieser Welt. Ja, möge Gott diesen Glauben in uns mehren und uns immer mehr in eine wohlgefällige Gesinnung führen, möge er unser Herz demütigen, wie das der Witwe und uns auch kindliche Einfalt lehren. In diesem Sinne, Gott befohlen.